Und es geht ab, 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 nobody is perfect. Erwartet ihr jemanden? Wir erwarten nur die Tochter von Freunden. Sie geht auf das Internat in England, wo mich mein Vater hinschicken will. Ich bin Bibby. Bibby Blocksberg. Ja, und? Dieses Rennen wird verwirrend. Ja, Irrgarten. Muss denn immer alles so kompliziert sein? Hans Kackmann hier, hallo? Ich habe gehört, dass Sie im Besitz eines vielversprechenden Fohlens sind. Was? Kackmann? Tja, Kacke. So ein Typ darf niemals Socke kriegen. Ja! Wenn du das Rennen gewinnst, kannst du bestimmen, was mit Sokrates geschieht. Er heißt Socke. Drama? Findest du nicht auch, dass so eine wie Sophia viel besser zu Alex passen würde? Das Schloss ist zu klein für uns beide. Das sehe ich genauso. Jetzt reicht's. Hipsack! Hipsack! Bibi Blocksberg! Cool. Ich werde heute natürlich Gewinner! Hipsack! 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 Hipsack!